Jim geht heute den ersten Tag in eine neue Schule. Oh, da ist der Neue. Los, wir steigen aus und erteilen ihn eine Lektion. Los, wir spielen Fußball mit seinem Ranzen. Jim fühlt sich komisch, weil er neu ist. Jim wird der Klasse vorgestellt. Alle gucken ihn komisch an, weil er kein Deutsch spricht. Die Lehrerin sagt, bitte nehmt den Jim gut auf. Die Jungen entschuldigen sich bei Jim. Wollen wir zusammen Fußball spielen? Über 20. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.